Hi meine Lieben und willkommen zu einem neuen Video von Mia. Heute gibt es mal ein Style & Talk Video. Ich dachte mal, das ist ein bisschen was anderes. Das ist ein bisschen privater, beziehungsweise einfach mal mehr so mit euch noch zu sprechen. Und habe diesen Alltagslook hier geschminkt, bis auf die Lippen. Das habe ich jetzt ein bisschen extra gemacht, aber einfach so wie ich mich momentan immer Alltag schminke, was ich so benutze, auch wenn es ein bisschen heißer ist. Und ja, dann wünsche ich euch ganz viel Spaß bei dem Video. Ja, und so sehe ich ungeschminkt aus. Seid nicht irritiert, wenn ich gleich hier immer wieder runterschaue, weil ich da meinen Spiegel stehen habe. Und wenn ich den hier hochstelle, um ungefähr auf eurer Sicht zu sein, dann ist es natürlich mega blöd, weil da dann einiges von dem Bildschirm verschwindet und so. Und deswegen habe ich den ein bisschen weiter runtergesetzt und habe meine ganzen Schminksachen hier unten. Und werde nebenbei einfach ein bisschen so erzählen, was gerade los ist, was ich mit euch noch besprechen wollte. Und dann ist das so vielleicht so ein Vlog-Ersatz, wo ich ein bisschen erzählen kann. Und werde gleich dazu was sagen, warum ich auch nicht so gerne Vlogs drehe und so weiter. Aber vielleicht ist das so eine kleine Alternative für euch. Die Produkte werde ich wie immer in die Infobox schreiben. Da wisst ihr dann Bescheid. Und zu ein paar Sachen werde ich was sagen, wenn es was Besonderes zu sagen gibt. Und ansonsten, ja, war es das und ich wünsche euch ganz viel Spaß dabei. So, ich beginne mit meinem Concealer, der hier abgefüllt ist. Das ist der MAC Concealer in der Farbe NC30. Dieser, ach wie heißt der wieder, der so mega beliebt ist. Jetzt habe ich es sogar selber schon vergessen. Studio Fix oder der andere. Pro Longwear. Ich glaube, das ist Pro Longwear. Und die kann man so mega gut bei Ebay kaufen, um es einfach mal zu probieren. Weil die ja schon teuer sind. Und wenn man da die falsche Farbe erwischt, dann hat man eben die falsche Farbe. Und das war halt mega die Geldverschwendung. Deswegen kaufe ich das in so kleinen Döschen. Da ist dann so ganz wenig drin. Und das benutze ich aber schon drei Wochen lang irgendwie. Und das ist mega gut, um es erstmal auszuprobieren. Und es ist mega ungewohnt, hier vor der Kamera sich zu schminken. Weil man dann doch ein bisschen weiter weg ist vom Spiegel. Und man das Gefühl hat, durch die Beleuchtung und so, dass das alles ein bisschen anders ist. Also ich muss mich da auch wieder dran gewöhnen. Das ist ja schon ewig her, dass ich meinen Style & Talk gemacht habe. Und selbst da war es dann auch gar nicht regelmäßig. Ja, und heute habe ich echt ein bisschen Augenringe. Und ich drehe das Video auch gerade abends, weil ich sonst gerade echt nicht dazu komme, das morgens zu drehen. Ja, deswegen dachte ich mir, egal. Ich muss das gleich wieder abmachen, aber ich dachte, für euch mache ich das jetzt einfach mal. Ansonsten versuche ich das immer zu kombinieren, dass ich morgens noch Zeit habe, ein Video zu drehen. Und das dann so benutzen kann, dass ich zur Arbeit gehe. Aber egal, ich kann jetzt eben nicht anders dazu. Worüber ich mit euch auf jeden Fall reden wollte, ist YouTube allgemein. Also es häufen sich die Anfragen nach irgendwelchen komischen YouTube-Formaten, die ich eigentlich nicht auf meinem Kanal so gerne zeige, weil ich das nicht so gerne unterstützen möchte. Und zwar einfach mal querbeet alles, was Clickbait beinhaltet. Also Titel, die mega ansprechend sind im ersten Moment, weil irgendwas passiert ist. Ob positiv, ob negativ. Meistens dann sogar eher negativ. Oder es ist eine Verschwendung von Geld und Produkten, weil ich die Produkte nicht brauche. Und so. Und ganz viel aber drauf abfahren, so Zeug zu sehen. Also so zum Beispiel in Richtung DM-Halls. Ich drehe ja auch ganz viele DM-Halls. Also, das ist ganz viele, aber monatlich eben DM-Halls und Reviews dazu und so weiter. Und ja, die wollten dann so ein Live-Haul haben und so weiter. Also, dass man das so live einkauft. Beziehungsweise, ihr bestimmt dann, was ich einkaufen soll nach Lust und Laune. Also nicht irgendwelche Produkte. Das wäre ja wenigstens noch toll. Irgendwelche Produkte, die ihr super findet, wo ihr mir echt empfehlen könnt. Nein, es sind dann so, gehen das dritte Regal und von dir links und lauf noch zehn Schritte weiter. Und dann nehmt das fünfte Produkt aus der zweiten Reihe oder so. Und dann kommt halt irgendwas bei raus. Also, das kann dann irgendein Duschgel sein, irgendein Make-Up-Produkt sein, irgendwas. Wo aber dann gar nicht zu mir passt. Oh Gott, sieht das gerade lustig aus, wenn man das so im Licht sieht. Ja, und auch so Farben. Also, da kommen dann auch Foundations raus, die viel zu dunkel, viel zu hell sind. Oder irgendwas anderes, was man gar nicht benutzen möchte. Irgend so ein knalliges Rouge oder so. Und ich sehe es einfach nicht ein, dafür Geld auszugeben. Auch wenn die Idee an sich erstmal ganz lustig ist. Aber dafür Geld auszugeben und das so einzukaufen, obwohl man es dann gar nicht haben möchte. Versteht ihr, was ich meine? Ich mag sowas nicht. Wenn man so gezwungen ist, also gezwungenermaßen, Zeug einkauft, was man gar nicht kaufen will. Was ist das denn? Also, ich kaufe schon generell super viel bei DM ein. Da muss ich nicht noch Zeug kaufen, was ich eigentlich gar nicht möchte. Und auch nicht brauche. Und das Ganze dann zu verlosen, was auch viele machen, ist zwar auch okay, aber das passt vielleicht der anderen Person dann auch nicht. Und die braucht die Hälfte davon locker nicht oder so. Und ja. Deswegen halte ich Abstand von solchen Sachen, die einfach keinen Sinn für mich ergeben. Die mal lustig sind zum Ansehen, okay. Aber ich halt nicht für mich auf meinem Kanal so haben möchte. Und das ist dann halt so eine Sache. Die werden super gut geklickt, die Sachen. Und, ähm, oh mein Gott. Mit der Wimpernzange, wenn man nicht nah genug am Spiegel dran ist, ist das ein bisschen problematisch. Ja, das möchte ich dann einfach nicht auf meinem Kanal haben. Und das ist dann schwierig für manche zu akzeptieren. Genauso wie es irgendwelche verschwenderischen Videos gibt, mit irgendwelchen ganz vielen Schichten übereinander machen. Was ich ja mitunter eins der blödesten Trends auf YouTube fand. Also, ja, ich kann auch den Spaß dahinter nicht so ganz verstehen. Vor allem, dass es dann so viele nachmachen. Und, äh, ja. Jeder soll das auf seinem Kanal machen, was er gerne möchte. Und das ist ja dann soweit auch okay. Aber ich möchte das halt nicht, weil ich auch nicht so viele junge Zuschauer habe, die dann so einen Quatsch angucken. Habe ich so das Gefühl. Und sagen mir auch die Statistiken. Deswegen, ähm, ja, lasse ich so ein Zeug eben. Und bin davon auch nicht so begeistert. Oh ja, was ich auch gar nicht mag, ist von irgendwem, ob das Freund ist oder sonst wer, Sachen bei Amazon bestellt, die irgendwie nur einen Euro kosten. Oder, wisst ihr, einfach so Sachen, wo gar keinen Sinn ergeben, wo ich das nicht bestellen möchte. Was soll ich mit dem ganzen Müll, sag ich mal, dann daheim? Warum? Ehrlich, Leute, warum macht man das? Gott, sieht das komisch aus, wenn man so die Wimperntusche aufträgt irgendwie. Äh, voll, als könnte man es nicht. Aber ich trage die so immer auf und das funktioniert eigentlich ganz gut. Äh, ja. Ja, also dann ist mir das Geld auch zu schade. Und diese ganzen Päckchen, die dann hier ankämen, also es kommen schon genug Pimpfeln an für mich. Da bin ich schon immer ganz froh, dass ich irgendein Nachbar habe, der das mir entgegennimmt. Und ab und zu kriegen die sogar so Merci-Tafeln oder sowas. So zweimal im Jahr oder so. Und ein Zettelchen dran. Danke für die ganzen Annahmen, weil mir das echt schon fast unangenehm ist, wie oft da was für mich ankommt. Ja, aber ansonsten ist es halt auch so, ich spende dann lieber das Geld. Also ich kann es auch nicht verstehen, warum man dann so viel Geld dafür ausgibt und immer wieder so Titel macht und immer wieder so Videos produziert mit so einem Zeug. Also da ist das Geld echt zu schade und ich kann das echt nicht nachvollziehen. Und die andere Frage ist halt, was möchtet ihr eigentlich gerne auf meinem Kanal sehen? Also ihr wisst, dass ich solche Videos nicht gerne mache bzw. wirklich boykottiere und die überhaupt nicht auf meinem Kanal gutheißen kann. Deswegen wäre die Frage an sich eigentlich auch an euch, dass ihr mir Vorschläge macht, was ihr gerne sehen möchtet. Ich weiß, dass ganz viele super gerne Vlogs schauen würden. Ich schaue auch selber gerne Vlogs. Ich kann euch da absolut verstehen. Allerdings finde ich das, das muss jeder für sich selbst wissen, was er so mit seinem Privatleben anstellen möchte bzw. in die Öffentlichkeit tragen möchte. Da möchte ich nämlich nicht so viel davon im Internet preisgeben. Weil das einfach privat ist. Also ich möchte nicht diejenige im Freundeskreis sein, die immer die Kamera mitschleppt, wo jeder sagt, oh Gott, da müssen wir uns dann voll zurückhalten oder wir müssen Acht geben, was wir sagen. Die filmt das alles, das ist uns unangenehm. Das wäre selbst mir unangenehm. Und dann kann ich das voll verstehen und das dann irgendwie schneidet und keiner weiß, wie es dann ist und dann im Internet landet. Und das dann mehrere tausend Leute sehen. Und ja, deswegen bin ich da auch kein Fan von. Das lässt sich jetzt so ein bisschen trocknen und biegt das dann so leicht nach oben. Das ist nochmal so ein Push-Effekt, so ein leichter. Ja, man sieht dann immer dementsprechend aus. Weiß nicht, ob ihr das so sehen könnt. Aber egal, das kann man ja wieder abmachen. Obwohl ich verstehen kann, dass ihr eigentlich gerne ein bisschen mehr von mir sehen wollt. Aber vielleicht mache ich einfach so ein bisschen eine Veränderung mit Style-and-Talk-Videos. Und dann können wir auch über Themen reden, die euch sehr interessieren. Das könnt ihr mir gerne in die Kommentare schreiben, wenn ihr was haben wollt, worüber ich sprechen soll, was euch interessiert. Und dann mache ich das auch gerne. Also das ist kein Thema. Dann kann ich so einmal im Monat gerne ein Style-and-Talk-Video hochladen. Wenn ihr mal ganz viele fragen, wie mache ich meine Augenbrauen, die mache ich nicht besonders. Ich fahre die einfach nur nach. Die sind schon so fertig eigentlich. Ich mache die nur ein bisschen dunkler, weil ich eigentlich vom Haartyp dunkelblond bin. Und dann sieht das jetzt ein bisschen gescheiter aus, wenn da ein bisschen mehr Farbe drin ist. Aber ich zeige euch gleich, was ich hier vorne mache, weil das ist noch nicht fertig. Ich mache nur so einen leichten Strich unten drunter. So wie hier auch schon. Nur es ist schwieriger, wenn man weiter weg ist, dass man das richtig erwischt. Irgendwie hat man da so ein anderes Verhältnis von der Ferne her. Und muss das ein bisschen besser einschätzen können dann. Ich mache jetzt auch keine Foundation drauf, wie ihr vielleicht gemerkt habt. Momentan benutze ich wieder Selbstbräunerzeug und teste mich da so ein bisschen durch. Weil ich jetzt auch so Tücher entdeckt habe. Also Selbstbräuner nur in dem Bereich. Das sieht jetzt halt so krass beleuchtet aus. Ich muss das echt noch üben, wie ich das mache mit der Kamera. Ja, weil eigentlich, ja jetzt kommt es vielleicht ein bisschen besser rüber, bin ich so wie so ein bisschen gebräunt einfach. Aber mit Selbstbräuner, der jetzt nicht so krass ist. Wobei ich da auch Acht geben muss. Es gibt halt manche, die sind nach vier Stunden schon krass. Manche, da sieht man nach vier, fünf Stunden noch gar nichts. Und da teste ich gerade verschiedene wieder. Und habe jetzt so Tücher entdeckt, die gerade fürs Gesicht, Halsbereich sehr gut geeignet sind. Das kann man einfach so ein bisschen drauf machen und über Nacht einwirken lassen. Das ist mega cool. Und die werden dann auch nicht so, so stark. Und man kann es aber auch aufbauen, wenn man möchte. Und das geht dann auch wieder relativ gleichmäßig ab. Und das ist mir auch ganz wichtig, dass ich nicht nach zwei Tagen aussehe wie so eine geschickte Kuh oder sowas. Ja, deswegen benutze ich gerade keine Foundation. Das ist sehr angenehm, gerade wenn es so heiß ist und so. So, jetzt ist meine Mascara ein bisschen besser getrocknet. Jetzt kann ich auch diese Überreste wegmachen, weil ich verpatze das immer hier so am Auge. Und nach dem Trocknen kann man das super wegmachen. Da braucht man auch gar kein Make-Up-Entferner. Jetzt muss ich nur meine unteren Wimpern noch tuschen, weil ich benutze seit einer Weile auch kein Kajal mehr, sondern benutze nur ein bisschen Wimperntusche. Da muss es allerdings wasserfest sein. Man sieht das richtig doof aus, wenn ich mal kurz drankomme oder so oder mein Auge tränt. Und das macht es morgens sehr, sehr gerne. Deswegen benutze ich immer noch so ein bisschen Wimperntusche, dass man so ein bisschen einen dunkleren Schleier hat. Aber ich verpatze immer wieder. Seht ihr das? So ein kleines bisschen. Aber das macht nichts. Das lasse ich wieder trocknen. Gehe mit dem Wattestab drunter, Stäbchen. Besser gesagt, dann geht das wieder. Aber das macht dann schon ein bisschen Effekt. Also gerade so ein kleines bisschen. Das sieht dann wacher aus wie hier. Und was halt auch gerade momentan ganz gut ist, dass meine Haut sich bessert. Also ich habe so ein paar rote Stellen hier. Und hier, da waren ja richtige Ausbrüche, Pickelausbrüche vom Feinsten bei mir. Einfach so. Die habe ich gemerkt, das zieht sich zusammen. Das tut mega weh. Und zack, waren sie da. Und dann hatte ich die Gesellschaft so im Schnitt zwei Wochen, wenn es schlecht läuft. Wenn es gut läuft, eine Woche. Vieles wird jetzt wahrscheinlich von dem Absetzen der Pille kommen. Obwohl das echt schon, ja, das Ausschleichen habe ich im Oktober begonnen. Im Dezember war ich dann fertig. Ja, deswegen, das haben jetzt ganz, ganz viele, weil gefühlt jeder, die gerade absetzt. Und ich gehe mal mit einem weißen Kajal hier auf die Wasserlinie, weil ich sonst manchmal echt so müde aussehe. Und das rosa hier unten drunter ist. Und mit diesem weißen Stift kann man das super kaschieren. Das sieht dann gleich ein bisschen frischer aus. Ja, dann habe ich noch ein bisschen Bronzer, der auch fast leer ist nach über vier Jahren. Ich glaube, ich habe es mir irgendwann 2013 zugelegt. Wenn nicht sogar 2012. Aber ich glaube, es war 2013. Und krass, da ist immer noch so ein bisschen Rest dran. Mega, wo ich das echt fast täglich benutze. Ja, und so ein paar Pickel-Ausbrüche habe ich noch. Das sieht in der Kamera gar nicht so schlimm aus. Aber in Nahen und selber empfindet man es natürlich immer ein bisschen als schlimmer. Vielleicht deckt das noch ein bisschen ab. Aber momentan ist es mir auch regelrecht egal. Also ansonsten bin ich recht zufrieden. Es gibt manchmal Momente, da habe ich hier so mehr Pickel, wo ich mir auch denke, hallo, wo kommt ihr alle her? Oder hier am Rücken so ein bisschen. Und ich denke mir, oh nee, kann echt nur von der Pille kommen, weil ansonsten mache ich auch nichts anderes als sonst. Ja, und der Körper muss ich halt noch umstellen. Das ist halt echt ein bisschen anstrengend. Und man ist manchmal ein bisschen so launischer und so, als hätte man nochmal seine Pubertät vor sich. Das ist ein bisschen komisch, ja. Ah, ich wollte euch noch unbedingt was fragen, weil ich bald in den Urlaub gehe. Und zwar nach Südfrankreich. Und das noch gar nicht so sicher ist, wo ich überall bin. Ich benutze jetzt ein bisschen Highlighter. Also ich weiß, dass es Südfrankreich wird. Aber wo genau, weiß ich noch nicht, weil ich da mit meinem Freund hingehen werde. Und wir so zehn Tage geplant haben. Und eben in Nizza starten werden. Und ich einfach mal so ein paar Tipps noch von euch wollte. Was muss man unbedingt gesehen haben? Und was eher nicht? Was könnt ihr empfehlen? Also wir sind so in Nizza und dann Saint-Tropez, die ganze Côte d'Azur da entlang. Und ja, wollen dann halt so rüber bis nach Toulouse. Also Toulouse fliegen wir dann wieder ab. In Cannes sind wir auch noch. Also das sind so diese schicke, micke Gegenden. Aber vielleicht auch so ein bisschen ein paar ländliche Sachen oder Attraktionen, die man gesehen haben muss. Und ihr wart bestimmt schon oder einige von euch in Südfrankreich. Deswegen könnt ihr gerne Tipps unten in die Kommentare schreiben, wo ihr schon gewesen seid und wie es euch gefallen hat. Oder kennt ihr besonders gute Strände oder schlechte Strände oder so. Ich brauche einfach noch ein paar Erfahrungen. Weil komischerweise im Freundeskreis gar nicht so viele in Südfrankreich waren. Die waren gefühlt überall in der Welt, aber da gar nicht so sehr. Jetzt habe ich natürlich mein Lippenprodukt vergessen. Voll komisch. Eigentlich hätte ich jetzt noch ein bisschen Eyeliner aufgetragen. Aber ich weiß jetzt schon gar nicht, wie lange das Video geht. Ich sehe das nicht so richtig hier. Ich muss das noch ein bisschen einstellen an der Kamera. Aber mein Lippenprodukt habe ich vergessen. Und im Alltag trage ich auch keinen Eyeliner. Eigentlich trage ich im Alltag auch nicht mehr als das. So ein bisschen Highlight und so ein bisschen Kontur ist okay. Und Wimpern und Augenbrauen mache ich auch. Und manchmal pudere ich noch so ein bisschen ab. Aber mehr als Lippenpflege mache ich auch nicht drauf. Aber ich hole jetzt nochmal einen Lippenstift, damit das so ein bisschen vollendeter aussieht. Moment. So. Dann habe ich hier von Treaded Up. Oh Gott, ich liebe den. Also das könnte auch ganz locker so ein Nack-Ding sein. Da hat mega gut die Qualität. Also wir haben auch nur das erste Hotel gebucht und so einen Mietwagen uns geholt, dass wir flexibler sind, weil so auf Busse warten in Urlaubsländern. Das ist immer so eine gewagte Sache. Das hatten wir jetzt auch schon ein paar Mal. Das geht einfach nicht gut. Also ja, die kommen nicht und fahren komisch. Und deswegen haben wir gesagt, wir mieten uns ein Auto und gut ist und erkunden so ein bisschen auf eigene Art. So, ich glaube, ich habe es jetzt. Ja, ich mache noch die kleinen Stellen hier ein bisschen weg mit dem Concealer wieder, weil das stört mich schon. Und im Alltag mache ich das auch so ein bisschen. Und gerade so ein bisschen abdecken, das sieht dann da nochmal besser aus. Ja, also das war es nun. Das ist so der geschminkte Alltagslook von mir bis auf den Lippenstift. Ich hoffe, dass es euch gefallen hat und wenn ihr Kommentare schreiben wollt über die nächsten Themen, die ich ansprechen soll, dann schreibt das gerne rein. Und wie ihr vielleicht so die Meinung habt zu diesen komischen Clickbait-Videos und ja, wenn man eben so viel Geld im Produkt verschwendet. Das würde mich einfach interessieren, wie meine Community darüber denkt. Und ja, dann hoffe ich, es hat euch gefallen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!